Hallo und herzlich willkommen heute zu einem kleinen Beitrag aus meinem Urlaub. Ich bin nämlich gerade in Spanien auf Mallorca und meine Tochter hat mich aufmerksam gemacht auf so einen Auszug aus einem Live von Anthony William, das mir gut gefallen hat. Er spricht hier mal unter einem etwas anderen Aspekt über Reinigungen. Kurz aber schön, würde ich sagen. Es wirft mich wirklich um, denn es geht nicht nur darum, Leben retten zu wollen und offensichtlich ist das der Grund, warum wir hier dabei sind, nicht wahr? Ich meine ja, darum machen wir hier das Ganze. Es geht darum, Organe zu retten. Es geht auch darum, Zeit zu retten mit geliebten Menschen. Wenn du also länger hier auf diesem Planeten bleibst, weil du dich reinigst und wiederherstellst und deinen Organen wieder Mineralien zurückbringst und dich selbst zurückbringst, dann bekommst du mehr wertvolle Momente. Vielleicht mit jemandem, den du getroffen hast, den du nie getroffen hättest. Weil du lange genug gelebt hast, um ihn zu treffen. Oder wertvolle Momente mit Familienmitgliedern. Du hast tatsächlich diese wertvollen Momente gerettet. Du bekommst mehr davon und du bekommst mehr Erinnerungen. Weil dein Gehirn wieder besser funktioniert. Du wirst beginnende Alzheimer-Symptome los mit deinem Selleriesaft und deiner Reinigung. Du bekommst die Gifte und Toxine raus, nicht wahr? Du bekommst also diese wertvollen Momente. Und das ist es, was du am Ende bekommst. All diese zusätzlichen wertvollen, wichtigen Momente, an denen deine Seele festhält. Wenn du dann also tatsächlich stirbst und diesen Ort verlässt, dann geht deine Seele und das tut sie mit all diesen wertvollen Momenten und Erinnerungen. Davon sind dann mehr in deiner Seele. Wenn sie herausschwebt und diesen Ort verlässt, raus aus dem Sonnensystem. Mehr Zeit hier auf der Erde und mehr wertvolle Momente. Und wenn es im Moment für dich schwierig sein sollte. Was du hier tust, ist, du arbeitest daran, dich selbst zu heilen, sodass du hier länger bleiben kannst. Und sodass du dann jemanden treffen kannst. Denn das ist es, was passiert. Unser Leben verändert sich ständig. Wir treffen neue Menschen in unserem Leben. Die Reise, der Weg verändert sich. Zu einem ganz anderen Ort. Und was da passiert ist, dass wir in der Lage sind, Teil dieses Wandels zu sein. Das zu ermöglichen. Indem wir auf uns aufpassen. Indem wir auf uns aufpassen, uns reinigen und dadurch länger hierbleiben. Und das ist es, was zählt. Ja, das war auch schon der kleine Auszug. Mal ein anderer Gedanke zum Thema Reinigung. Ich schicke euch liebe Grüße aus Mallorca, wo ich gerade meine älteste und beste Freundin Petra besuche. Wir hatten schon viele ähnliche Stationen in diesem Leben und auch diesen Medical Medium Weg teilen wir. Was mich natürlich sehr freut, denn das ist ja eher selten, dass alte Freunde das auch so mit Haut und Haaren, also dass sie auf diesen Zug so aufspringen, wie Petra das getan hat. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, um euch auch zu erzählen, dass sie hier ein wunderschönes Haus auf Mallorca vermietet. Ich bin da auch gerade mit ihrer Familie. Es ist auf dem Land und sehr ruhig und einfach wunderschön. Und ich hänge euch einfach mal ein paar Bilder hier vom Haus an. Vielleicht ist es nämlich auch für euch interessant. Also es ist ein Haus ohne Chemikalien, ohne Düfte, keine stinkenden Waschmittel in der Bettwäsche oder bei den Handtüchern. Und wer hier möchte, der kann auch Sellerie, Blaubeeren, Entsafter und so weiter, also diese Werkzeuge, die man hier braucht, von ihr bereitgestellt bekommen. Und ich soll euch also auch von ihr liebe Grüße schicken. Und sie haben dieses Jahr noch Termine offen. Und sie würden sich eigentlich besonders über Medical Medium interessierte Gäste freuen. Also vielleicht ist es ja, vielleicht regt es euch irgendwie an. Und ich schreibe euch ihre Kontaktdaten in die Videobeschreibung. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.